Hallo und willkommen zurück zu Gibbous mit eurer Story-Eule. Wir wollen das Internet reparieren. Hoffentlich. Zumindest dürfen wir jetzt rein. Kitty, kommst du mit? Ach, natürlich kommt Kitty mit. Oha. Ähm. Ja, da ist auch eine Luke, aber ich glaube, da kommen wir nicht ran. Ah, Kitty? Au. Ouch. Arme Kitty. Äh, oh, da war mein Leiter. Easy there, Lovecraft. Ja, schauen wir uns doch eine unruhig dringliche Tür mal genauer an. Hmm, aber vielleicht passt Kitty oder drunter durch. Erstmal schauen wir uns das hier aber an. Oh. Aber ganz schön mitgenommen. Hmm. Können wir aber leider nicht mitnehmen. Die wären wahrscheinlich sehr nützlich. Können wir hiermit irgendwas machen? There is no way in heaven, earth or purgatory I'm getting past that door. I mean, I'm curious, but no way we're ever opening this. Hmm. Schauen wir uns das Porträt doch nochmal an. It's a withered portrait of a man with a fiercely intense stare. There's, there's something about him. Something strange, but familiar. Hmm. There's nothing to do with it, just, I guess, admire it. He looks so familiar and I can't please him. Who does this guy remind me of? Zumindest scheinen hier alle sehr nervös zu sein, wenn sie unter deinen Nachnamen hören. Ah, na gut. Kitty, du kannst doch unter Türen durch. Look, man, we got through some pretty stacked against us odds, but that door? Nah. Hate to say it, but it's not happening. I just really, really want to know what the secret behind it is. Yeah, well, I was trying to think of a way to say, some secrets are best left uncovered without sounding cliche, but I failed miserably, okay? We don't need to poke our snouts into every corner of this country. Ah, yeah. Maybe next time we visit. Ich finde, wir sollten das tun. Mal schauen. Äh, viel mehr gibt's hier aber auch nicht zu sehen. Haben wir was Nützliches dabei? Äh. Vielleicht können wir mit der Gabel hier irgendwo was basteln? Ich glaube, mit Müll, einem Kessel und einem Gummiband kommen wir auch nicht weiter. Hm. Dann gehen wir doch vielleicht einfach erst nochmal wieder raus. Und schauen mal, ob wir noch was anderes finden. Wir hatten da ja noch eine Ecke, die wir uns nicht angeschaut haben. Können wir nochmal... Nein, wir können nicht nochmal mit der Dame reden. Wärde gedacht, dass es so schwierig ist, das Internet zu reparieren. Ähm, hier durch. So, was haben wir denn hier? Ein Wandgemälde mit Katzen. Ein Zauberer, ein Drache. Noch ein Drache. Mit einer Menge Dorfbevölkerung. Interessant. Uh, eine schöne Landschaft. Aber ganz schön düstere Wolken. Ähm, wenn man da weiter... Nein. Dann schauen wir uns auch erst mal das Gemälde an. Das stimmt, das sieht auf jeden Fall aus, als würde eine Menge passieren. Ich meine, da ist auch eine junge Frau, die mit einem Hund über ein Dach spaziert. Und lauter Dinge brennen. Und vielleicht kann er uns was dazu erzählen. Wer ist denn? Wie sieht der... Ja, wir schauen ihn uns erst mal an. Irgendwann lernen ich es, dass wir uns immer erst die Leute anschauen und dann mit ihnen reden. Sieht wirklich wiesvoll. Ach, er lächelt auch. Hallo. Ja, immer der Reiner. Verbräuchten wir Don, der könnte ihnen zuhören. Wenn sie die Bank hier unten hingestellt hätten, könnte man da die Landschaft bewundern und da das Bild. Aber dann könnten wir ihn nicht mehr sehen. Also fällt das wohl leider aus. Ist die Schilder alt? Ha, 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 ha. Alt? Ja. Altier als die meisten Dinge in dieser Stadt. Wie alt genau, kann ich dir nicht sagen. Oh ja, die Geschichte dazu würde ich gerne wissen. Ist da eine Geschichte hinter dir? Ja, es ist. Ähm, also jetzt bin ich neugierig genug, dass ich die habe. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Jetzt. Lied hat es, dass ein lange, lange Zeit vor, auf der Bühne, auf der Bühne, auf der Bühne, über die Vorummaris, ein Solomonar, das ist ein ähnlicher Wälder, war konjurig Thunder und Rain, wenn, below, ein verrückter Balaur, das ist ein Drogon, hat die Stadt. Die Maske, die Schilder der Stadt, could not defeat the dragon, but could not live either. So they sent an innocent, young shepherd girl by the name of Mewara and her dog, Azor, to beg for the Solomonar's assistance. Mewara and Azor's journey up the mountain was not without peril. See, the Solomonar had laid many traps and cunning magical obstacles to stop anyone from disturbing his ritual. But Miwara and Azor were smart and agile and resilient, so they made it to the mountaintop and told off the dragon's attack. But the Solomonar was red with anger, and could not see beyond the fact that a girl and her dog had conquered his defenses. And since they had proven to be smart and agile and resilient, he transformed Miwara and Azor into a black and a white cat, forever cursed to roam the hills and mountains without ever resting again. Then he did make his way down to Formaris and found it in smoldering ruins, and the masks all but defeated, making their last stand against the beast. He fought the dragon for three days and three nights, and finally crushed it down into the mountain, burying it in the bowels of the earth. Afterwards, he cried tears of remorse for foolishly cursing the shepherd girl and her dog, and erected a monastery in their remembrance. That castle above the town that everyone fears, its steeple is all that remains of the monastery the Solomonar built ages and ages ago. It became corrupted, and some folks say that it's from the evil that the remains of the dragon still hold. I hear the masks are once again guarding the castle now that its rightful heir has returned. But who would risk going all the way there to see if it's true? Not many, dear. Not many. Ich hab das Gefühl, wir werden das tun. Wow, that was fascinating. I'm glad to hear you say that, young man. I'm still here to tell the story, but for how long? No one really knows or cares about it, other than me and the masks themselves. Maybe once I'm gone, so it shall disappear into oblivion. Let's hope not. Hm, aber das ist eine interessante Geschichte. Und das erklärt auch, warum der Typ mit der Maske auf dem Dorfplatz unbedingt hoch zum Schloss möchte. Warum haben alle... Naja, okay, wenn es korrumpiert ist, haben alle Angst davor, das erklärt das. Hm. Aber da können wir noch nicht hin. Ich werde jetzt weg. Hab einen schönen Abend. Ihr auch, junge Mann. Goodbye. Aber Kitty, wir könnten weitere außergewöhnliche Katzen treffen. Aber erst müssen wir uns hier die Weiden anschauen. My word, that's... that's gorgeous. This is my homeland, Kitty. She doesn't care. Aber schön, dass du dich freust. So, was haben wir hier? Uh, die Stadtmauern können wir uns auch anschauen. It's the city's ancient walls. You can almost feel hundreds of years of history. Leaking... From them? I'm not good at this. Na, dann gehen wir einfach wieder rein. So, hier hatten wir auch noch nicht geschaut, ob wir... Ein schöner Balkon. Und Fenster. Oh, man, what a neat-looking balcony. I'd love to have one just like that. It's not mine to use, so I'd love it to be. Hm. Hm, hm, hm. A single solitary lit window. Who's in there? And why? Why am I even asking these questions? Nah, let's just leave whoever that is alone. It's a girl with a cat on a leash. Hat die Katze gerade geknurrt und gebellt? Hello, little girl. Hi. My name's Buzz, and this is my cat, Kitty. Nice to meet you. I'm Maria, and this is... What in the name of all that is sacred and holy? Your kitty can't talk. Yes, she can. For some reason people don't usually notice. Oh. My. God. Is she magical? As magical as they come. Cool. Naja, sie hat einen Hund, der aussieht wie eine Katze, oder eine Katze, die eigentlich ein Hund ist? Vielleicht ist das der Hund aus der Geschichte. That's a unique looking doggy. He's not a doggy, silly. Can't you see he's a kitty cat? We're really stretching the definition here. But how come he barks? Well, he was raised by a doggy. Duh. His adoptive mommy was a Carpathian sheepdog. Oh, nice. An actual son of a... Well, that's a very cool and unique story. So, his name is, uh, Kiskis. Uh-huh. That's how you get his attention. I want to name him something else, but I haven't come up with anything better yet. I understand. Kiskis. I am now the second most embarrassed cat around. What machst du hier? What are you up to, Maria? Oh, just walking. Kiskis. He gets real antsy if I don't walk him at least twice a day. He likes that, huh? Yeah, he's the happiest kitty when he's in nature. I'd love to take him on a walk in the hills or in the mountains, but Mom and Dad won't let me. It's too far away. I see. Hmm. Vielleicht können wir da bei Zeiten helfen. Äh, ja. Did you happen to see a black girl around? No, I would have remembered that. Almost everyone around here is pasty white. It's so boring. Well, it hasn't been sunny in a while either, has it? No, and weather's been crazy lately. Thunderstorms out of the blue. That's why I can't walk in the hills anymore. Uh-huh. Hmm. Irgendwann werden wir peace finden. Äh, ja, wir sind ein Tourist. Ich weiß zwar nicht, wohin uns das führt, aber schauen wir mal. Ich bin ein Tourist. Was kannst du mir über Vorumaris erzählen? Well, everyone says nothing ever happens here, so... Gott, ich hoffe, das ist wahr. Na gut. Catch you later, Maria. See you. Hmm. Schauen wir hier nochmal kurz rein, ob wir hier vielleicht doch noch irgendeine Idee haben. Na, irgendwie müssen wir da doch reinkommen. Ansonsten müssen wir vielleicht nochmal mit Yon reden. Vielleicht können wir versuchen mit der Gabel eins der Schlösser aufzukriegen. With my lockpicking skills, I'd say about 84 years, maybe 83 if I apply myself. Na gut. Just pretend I came up with a snappy remark on how ridiculous that idea was. Okay. Vielleicht hat er eine Idee, wenn wir versuchen, die zu benutzen. Not exactly short, but that hatch is way out of reach. Had they still been a ladder? Yeah, definitely. This was definitely a very convenient ladder at some point. Not anymore, though. Hmm. Willst du das hier noch untersuchen? It's, uh, well, it's trash. I'm mostly picked it up to spite the kiddie. Na gut. Werter kann man leider nicht benutzen. Kann man die da vielleicht rüberschieben? Es ist nicht bewegend und ich bin ehrlich gesagt, es zu bemerken. Es sind wie Schäden, die davon auszutreten sind. Und ab ins Gasthaus. Äh, versuchen wir das erst mit Jon. Hallo, Jon. Na gut, das bringt uns nichts. Bye. What? Bye. Hier meine Leiter, aber ich glaube nicht, dass sie mir die geben werden. Äh, na gut, die auch. Talk to you guys later. Servus. Oh, call up everybody. No, seriously. Evening. Oh, it's you again. What is it? Nein. See you around. Vielleicht kann Luca uns helfen. Nice pipe. Thanks. Thanks. Ha, 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 ha. Tell you the truth. I haven't smoked in 24 years, but I feel it gives me some facial balance. Okay. Lassen wir das. See you later, Luca. Talk to you soon, Buzz. Hm, okay, hier kann uns offenbar keiner helfen. Hm, nein. Versuchen wir es nochmal hier. Vielleicht können wir ja die Kunstkritikerin oder den Teenager überzeugen, uns zu helfen. Fangen wir mit ihm an. Nico ist definitiv der angenehmere Gesprächspartner. Hallo, Nico. Nico möchte aber nicht mit uns reden. Na gut, wir haben ihn auch ziemlich geärgert. Ich habe dieses Puckett voll von Trash. Ah, ah, such a puckish post-modernist cliché termed anti-cliché, or, as some would put it, muttful reversed boilerplate. Not an entirely surprising denouement coming from a distinguishably inexperienced dabbler in the arts, but one I uncontemptuously applaud nonetheless. Yeah, it's, uh... It's just trash, really. Precisely. Wink wink, as they say. Hm. Fragen Sie doch mal, was das bedeutet. Yeah, but what does it all mean? Aren't you paying attention, young man? It signifies that the structuralist paradigm under which the Creator diligently operated is flush with interpolated post-dialectic musings that cannot be rightfully ignored. That's over-simplifying it a bit, but yeah, okay. Okay. Ah, machen wir da doch mal weiter. What is the significance of the divided heart? It is clearly a corollary of the coronary metaphors which permeate the opacity and quintessential divergence of pervasive aesthetic hierarchies in the artist's oeuvre. Uh, I agree. Okay. Yeah, lassen wir sie unser Bus-Ticket analysieren. What can you tell me about this Bus-Ticket? An incisive voyagerial metaphor, rectangularly encased in an obviously sarcastic homage to utter futility and cavalcading materialism. Wow. Und dann noch den Kessel. What do you think of this cauldron? An unrelentingly piercing allusion to corporeal gastronomic enslavement. In the almost puritanical form of a hemisphere, wrought of sacrosanct hunger, both telluric and spiritual. You nailed it on the head. Äh, ja, wir gehen einfach. I'll leave you to your critique. Indeed, indeed. Das war nicht so richtig nützlich. Haben wir irgendwas nützliches dabei? Hm. Gehen wir hier nochmal hin? Vielleicht können wir dem von der Hundekatze erzählen. Ah. So these masks only obey the rightful owner of the castle? Leave Miwara and Azor still roam the hills and mountains. Ha, 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 ha. Who's to know, my young friend? What truly is out there? They might yet tread those pets again. Who's to know? Hm. See you around. Vielleicht könnten wir... ...also ansprechen. Sollten wir mal ausprobieren. Ich meine, hier kommen wir eh nicht weiter. Hm, nein, wir können nur Maria direkt ansprechen. Aber vielleicht können wir eh was sagen. Äh, nein. Catch you later, Maria. See you. Kitty, kannst du da vielleicht was machen? Behave, kitty. I know, I know, you haven't said or done anything. Just saying. Hm. Es muss jedoch irgendeinen Weg geben. Wenn ich dir einen Helm aufsetze... It's got no head to go with a helmet. Na gut. Rubberband couldn't hold that thing together. So langsam fang ich auch an, einfach Dinge zu kombinieren. It's busted enough already. Hm. Vielleicht sollte ich mir dafür einfach nochmal Gedanken machen. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, wie wir hier reinkommen. Oder vor allem, wie wir durch diese Luke kommen. Bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen. Bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. 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 Bis dahin. Bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020